Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Am 6. Juli war Weltkusstag und das fand ich einen tollen Anlass, René Koch in seinem Lippenstift-Museum zu besuchen. Gelegen in der Helmstetter Straße in Berlin-Wilmersdorf befindet sich das Lippenstift-Museum vom Star-Visagisten René Koch. Der Beauty-Coach, Buchautor, TV-Schönheitsexperte, Visagist und Sammler hat für Besucher eine einzigartige private Lippenstiftsammlung mit Exponaten, Plakaten, sowie Rezepturen vom Barock über das 19. Jahrhundert, sowie die Stummfilm-, Tonfilm- und Farbfilm-Ära über die Nachkriegszeit bis heute. Ich war ja jetzt der Weltkuster und da dachte ich mir, da muss ich dich ja mal besuchen, obwohl der jetzt schon zurückliegt. Wann ist immer Weltkuster? Am 6. Juli. Aber der Lippenstift ist ja im weitesten Sinne der Lockvogel des Kusses, also nicht, Frauen können ja damit locken. Oder es gibt so schöne Schlager und Lieder, die heißen, an rote Lippen soll man küssen und so weiter. Also ich denke, dass der Lippenstift zum Küssen sehr viel beiträgt. Ja, erzähl mir nur mal ganz kurz über den Weltkustag. Seit wann gibt es den? Na, den gibt es jetzt schon seit mehreren Jahren, aber das hat sich dann immer mehr und mehr etabliert, so wie es den Valentinstag gibt und Muttertag und eben solche. Ist auch für die Industrie, glaube ich, interessant, weil der Valentinstag will man Blumen verkaufen, na und hier will man natürlich dann auch Lippenstifte verkaufen. Obwohl ich denke, der Lippenstift hat eine große Bedeutung für Frauen, weil er ja auch, und so zeige ich das in meinem Museum, er hat sehr viel dazu beigetragen für die Emanzipation der Frau, also dass Frauen quasi sagen können, guckt, hier bin ich, hey, mich gibt's. Und so haben ja schon die Suffragetten, das waren diese Frauen um 1900, die ja um ihre Rechte gekämpft haben und die haben sich die Lippen richtig knallrot gemacht, groß, sind auf die Straße gegangen und haben ihre Parolen rausgerufen, also politisch natürlich auch, Wahlrecht für die Frau, eigenes Kondo, die Berufswahl, das gab es ja damals alles noch nicht. Frauen mussten ja ihren Mann fragen, also du hättest heute noch deinen Mann fragen müssen, ob du überhaupt hierher kommen darfst damals, nicht? Unvorstellbar. Unvorstellbar, ja. Und das erzähle ich natürlich auch, zeige dann, wie das alles entstanden ist. Ich meine, das Lippenrot ist älter als der Lippenstift, also rote Lippen gibt's schon immer und Frauen haben sich schon immer die Lippen betont, um auch zu zeigen, hier dieser Farbklecks und ich habe hier in meinem Buch eine Lippe riskieren, habe ich auch geschrieben, dass ich glaube, dass Adam mit den roten Lippen verführt wurde von Herr Eva und nicht unbedingt mit dem roten Apfel. Aber das ist jetzt meine Theorie und ich denke, und so ging das dann über die ganzen Jahrhunderte, aber damals war eben der Lippenstift noch, oder das Lippenrot kam aus der Natur. Es gab Krabbrot, es ist eine Pflanze, es gab Hennerrot für die Lippen, also es heute ja noch gibt. Und dann benutzt du auch Blut? Läuseblut, die Cochinillelaus, die hat dieses Blut, aber dazu muss man sagen, ist immer doll, wenn die Frauen dann sagen, ja was Blut und so, ja ich sage, das war die Cochinillelaus und man brauchte 100.000 Läuse für ein Kilo Rot, um den roten Farbstoff zu gewinnen. Also da wäre der Lippenstift heute bei den vielen Lippenstiften, die ja verkauft werden tagtäglich, da bräuchte man ja Unmengen von Läusen und es wäre auch, und nur die Weibchen, die haben den Blutstropfen. Die Menschen haben das gar nicht, also du brauchst 100.000 Weibchen, damit du mal ein Kilo roten Farbstoff hast. Heute wird das alles synthetisch gemacht und da, der Lippenstift muss ja auch erschwinglich sein. Das ist ja alles so höchst interessant, genauso wie dein Museum. Was genau sehen wir am Eingang? Erzähl mir hier, hier sehe ich deine beste Freundin, Hildegard Knepp. Im Eingang haben wir... Ja, also die Führung fängt natürlich davor schon an, also ich zeige schon, was gab es vor dem Lippenstift. Dann 1883 gibt es der erste Lippenstift, der dann eben schriftlich erscheint, auf der Weltausstellung in Amsterdam und der war noch in Seitenpapier eingewickelt. Es gab noch nicht mal eine Hülle und dann gab es in den, eben wie gesagt, 1800, das war 1883, dann Ende des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhundert gab es da natürlich auch wunderschöne Hüllen mit Diamanten, mit Brillanten und so weiter. Nach dem Krieg war dann Hildegard Knepp, die den Lippenstift hier groß gepusht hat und somit hat eigentlich auch meine Sammlung angefangen. Sie hat damals zu mir gesagt, als ich bei Yves Saint Laurent noch war, ach du mit deinen Models, ich habe schon längst Werbung gemacht für den Lippenstift, da warst du noch nicht und so. Und da, obwohl ich war ja Kind 1952, als der Volksklippenstift rauskam und der kostete 1,50 Mark. Und Hildegard Knepp hat den natürlich propagiert und alle anderen Schauspielerinnen auch hier. Das ist jetzt der Volksklippenstift VL. Und wenn wir mal schauen, das Muster oder dieses Emblem sieht aus wie der VW. Ja, das stimmt. Und da hieß es damals, die Presse schrieb, die Männer haben einen VW, jetzt kriegen die Frauen den VL. 1,50 Mark und das ist der Volksklippenstift. Und alle großen Schauspielerinnen, Hertha Feiler, ja, Lisselotte Pulver, Ruth Läuwarek, die großen Stars der 50er Jahre haben alle Reklame für diesen Lippenstift gemacht. Und das ist natürlich auch wunderbar. Ja, du hast ihn hier schon. Den hast du mir schon vorhin. Ja, nicht? Also es ist der Volksklippenstift, 1,50 Mark. Den hast du dann geschenkt bekommen von Hildegard? Habe ich von Hildegard geschenkt gekriegt, auch die Anzeigen. Und somit habe ich, das war mein erster Lippenstift in der Sammlung. Und dann habe ich gedacht, na, das werfe ich mal nicht weg. Und dann kam der nächste Star dazu und nächste. Und dann fing eigentlich alles an. Und dann hat sich das immer mehr und mehr ausgeweitet. Und so ist diese Riesensammlung entstanden, was ja die größte Sammlung ist, die wir kennen weltweit. Man sieht nicht nur Lippenstifte, man sieht aber auch Kleidungsstücke von Prominente. Und ein Bär hast du auch, wo man seinen Kuss verewigen kann. Ja, alle, die hier waren, die können ihn alle küssen und müssen ihn dann signieren. Also Wohwareit, Harald Klöckler, Udo Wals, Schudi Winter, Gabi Dohm, Kati Karrenbauer. Also viele haben ihn schon umarmt und geküsst. Er soll nachher versteigert werden für einen guten Zweck. Und das macht natürlich auch viel Spaß. Es kommen viele Menschen hierher. Und oft kommen auch Männer mit. Und die sagen dann, Mensch, toll, dass es das alles gibt. Und die Kleider, weil du die angesprochen hast, die habe ich immer ein Kleid aus dem Jahrzehnt, aus dem die Lippenstifte sind. Dass sich der Betrachter besser das Frauenbild vorstellen kann. Wir werden gleich jetzt durch die Wall of Fame gehen. Und da hinten erwartet uns noch mehr gute Dinge. Und dann erzählt sie mir noch ein bisschen mehr. Vor allen Dingen sagen wir dann, wie Frauen, und es wird dir vielleicht so gehen, wie du deinen Lippenstift abarbeitest. Manche spitz vorne, manche rund, manche eckig. Was bist du für ein Frauentyp? Oh, da bin ich aber gespannt. René, das ist die Wall of Fame, habe ich sie jetzt benannt. Das ist der rote Teppich, nicht? Und alle können bei mir mal über den roten Teppich gehen. Jeder, der herkommt, kann einmal über den roten Teppich laufen. Hier hängen alle Stars, die ich geschminkt habe, in all den vielen Jahren. John Collins, ja, nicht? Azakit, Juliette Grigot, Karin Dort, Ollibasta, ja, Tomala, Judy Winter. Und eine Menge, 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 Menge Leute, ja, die alle hier waren, beziehungsweise die ich auch dann unterwegs auf Tournee, Claudia Schiffer und Helikard Knef. Guck mal, Mireille Mathieu ist doch wunderbar, 85 habe ich das gemacht. Ist toll, ne? Die roten Lippen und die Haare mal ganz anders. Und das Kleid? Ja, sexy, ne, oder Charlebesse, ne, ja, also. Aber du auch? Ja, aber da habe ich die Haare halt lang, und da bin ich ja eben auch 25 Jahre oder 30 Jahre jünger. Also der Zahn der Zeit nagt, aber ist nicht so schlimm. Jetzt sind wir hier im Atelier, was findet denn hier statt? Also hier findet statt, dass ich Lippenstifte kreiere ich ja auch, für Produktionen oder eben auch für Fashion und so weiter. Und dann Pudermischen oder Rouge, das alles mache ich dann manchmal auch nachts. Ich wohne ja dann hier im Hinterhaus, ja, das ist ja ein Riesengroß. Und wenn ich nicht schlafen kann, rackele, dann stehe ich manchmal nachts um eins auf und denke, ach, jetzt habe ich eine Idee. Dann gehe ich hier rein und dann fummel ich hier rum und dann kommt irgendwie was Gutes meistens bei raus. Du bist und bleibst kreativ und was sehe ich denn hier? Welchen Charakter haben Sie? Ja, das ist ja oft so, Damen kommen dann hierher und dann haben Sie gelesen, irgendwelche Illustrierten, was bin ich für ein Frauentyp? Da wollen Sie auch wissen und dann sage ich raus mit den Lippenstiften. Deswegen sollte ich meinen Lippenstift tragen. Deshalb ja mitbringen, wo ist dein Lippenstift? So, gucken wir mal. So, ah, guck mal, der geht ganz gerade bei dir, also das ist eher in die Richtung, ja. Und da sieht man eben bei dir auch, dass du eben, wie gesagt, eher vernünftig bist vom Charakter her als so verrückt, ja. Also eher vernünftig, bei dir sieht er die Vernunft, ja. Und das ist auch gut so. Ich finde Frauen, die sich nicht nur, du bist eine Frau, die sich nicht nur von ihren Gefühlen leiten lässt, sondern auch dein Verstand. Und das ist gut für die Männer, nicht? Dann fällst du nicht so schnell auf jeden rein. Oh, das verraten die Lippen. Ja. Wow, das ist ja höchst interessant. Hast du das erfunden? Nein, aber das gibt es, habe ich dann natürlich so, in meinem Buch drin ist es in Lucky Lips, es gibt ja noch wieder andere Bücher von mir, so dass jeder sehen kann, manche machen das so, manche so schräg, also jeder macht das anders. Und, ja, und das ist natürlich so, wie ich vorhin schon sagte, der Lippenstift ist der Lockvogel des Kusses. Und Rackel, es gibt einen schönen Spruch, der heißt, es gibt heiße Küsse, es gibt zarte Küsse, es gibt rote Küsse, manche öffnen Reißverschlüsse. Das ist das Schlusswort. Danke. Ihr habt es ja gerade gesehen, die Handsignierten Bücher gibt es jetzt von René Koch zu gewinnen. Einfach an gewinnspiel.tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr einer der Lucky Wals. Nun gibt es jetzt erstmal eine klitzekleine Pause. Und bis gleich. WIM MDB- W難de. WIUIS. WIIS. WIMF. WIW Peng В. Wims!!! WAMATH. WIS. WIMF. WBoic. Vielen Dank.